Jo Leute, was geht? Ich bin's zurück, sehr vielmehr und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Yay! Oh, das liegt echt... War das sexy? Epileptiker. Verbrechen erkannt. Epileptiker hat das Verbrechen erkannt. So sieht's aus. Und dann fahren wir da mal ganz schnell hin. Ich weiß nicht, was wir da machen wollen. Oh, scheinbar sollen wir... Ich bin nicht sicher. Ich hab mich im Wagen versteckt, aber es hat nicht geklappt. Wollen wir mal. Ja, okay, das hat bei mir irgendwie nicht funktioniert. Nicht sicher. Ah, sorry. Ich würd sagen, wir machen mit der Mission weiter. Was? Was? Alter. Ist die Map... Klein. Also in dem Fall ist sie extrem groß. Natürlich irgendwie, aber... Alter! Ist die Map... Alter. Alter. Ich meine, Alter! Es geht. Sagen wir mal. Fahren wir mal durch die Gegend wieder. Und fahren gleich erstmal zur Mission. Oh, ich hab Bescheid. Oh, leck. Okay, da fährt hier einfach irgendwas gesehen. Und das ist cool. Ah, weg bin ich. Schlechter Beifahrer. Komm, Schlaftabletten. Müssen wir auch starten. Finden sie 2xz-Trap. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt machen sollen. Oder ob das auch ein richtiger Spieler ist. Oder ob das einfach jetzt nur so... Äh, ne KI ist. Und ich hab wieder vergessen, den Termin zu machen. Äh, mach ich noch 10 Minuten. Und dann läuft das passend. Meistens geht es ja eh immer ein bisschen darüber. Online-Hacking. Okay. Ziehen wir den Informationen. Finden sie den Fixer, bevor er sie hackt. Da können sie über ihn, bla. Okay. Okay, dann müssen wir ihn jetzt suchen. Ja, Mensch. Die ist unauffällig. Der Kerl schießt. Hilfe! Ich war es nicht. Ich doch nicht. Ha! Bin ich gut, Mensch. Äh. Okay. Und was jetzt? Bekannter hat es gerade. Okay. 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 Das war ich gerade. Ein wenig. Wir drehen nochmal um. Flucht erfolgreich. Bitch. Öffnen Sie das Online-App. Okay. Dann gehen wir nochmal da Online-Aufträge-App. Online-Hacking über das Zieren von Schattung. Online-Hacking. Okay. Ja, wie kriege ich jetzt einen Auftrag? Ich bin gerade überfordert. Online-Hacking auswählen. Höhe. Wie bugt das hier gerade ein bisschen? Was du heute kannst besorgen. Mal sehen, was ich für einen Auftrag gerade dann kann. Okay. Jetzt scheinbar sucht er jetzt erstmal einen, einen, einen Gegner. Ja, und deshalb klauen wir uns mal die BMW hier. Oh, ich will eigentlich nur den nächsten Song machen. Sucher-Spieler zum Hacken. Gibt es scheinbar momentan noch nicht so viele. Okay, müssen wir jetzt irgendwie warten, weil es geht scheinbar zur Mission. Das Auto sieht auch mal gut aus. Das ist vielleicht irgendwie vorher. Na, dann nicht. Dann nicht. Wir messen mit mir und den Zünderfliegerin. Okay, kein Problem. Dann kümmern wir uns wieder um einen anderen Auftrag. Schlechter Beifahrer. Okay, jetzt kann ich Jordys Job erledigen. Irgendeine Art Fahrauftrag. Jemanden irgendwo hindringen. Alles klar. Aber bestimmt kein typischer Taxi-Service. Hoffen wir. Okay. Okay, die Musik ist sehr verwirrend. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich will doch die Kampagne machen. Verdammt. Jetzt hier aussteigen und es geht direkt weiter. Miete der Kampagne. Oh, ist das denn hier ein? Rinder. So. Alles klar. Kein Problem. Tempo bin ich gut. Äh, schnappen wir uns wieder unser Auto. Ritzt dich. Na dann. Die Chicago Police hat einen nächtlichen Einbruch in einer Produktionsanlage vereintelt. Einer der Einbrecher starb am Tag. Okay, ähm, das heißt, wir müssen jetzt da hin. schnappen wir uns auf den Flucht. Errechnen Sie wegen Straßensperren mit Verzögerung am Parker Square. Okay. Das heißt, scheinbar hat die Polizei jetzt irgendwo die die Sperren errichtet hier vorne. So. Leitstelle hier haben grünes Licht für CTOS-Cans. Suche Polizeiverfolgung. Scheiße. Scheiße. LS an Einsatzkräfte, CTOS-Scan nach Verdächtigem wird gestartet. Okay, ich bin jetzt nicht sicher, was wir hier machen sollen, oder? Okay, ich bin mir gerade nicht sicher, was ich hier mache. Schnapp, muss ich jetzt hier einfach rausfahren? Heute wurde eine Leiche im Surfside Chicago gefunden. Und dann. Zeitverschwendung, er ist weg. Das Opfer ist Polizei bekamter und war wohl an einem kürzlichen Raum beteiligt. Es gilt als sicher, dass er Verbindungen zur Mafia unterhielt im Chicago South Club. Alles klar. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wieder hier vorne fahren. Aktuell jetzt noch nicht so spannend, die Mission. Einmal der Polizei, ein bisschen ausweichen, was recht einfach ist. Und dann sind wir auch vielleicht da. So, wir müssen jetzt hier das Garage töten. Ich hoffe, du hast eine Einladung, sonst bist du tot. Ich bin der Fahrer. Scheiße, Mann, was hat so lange gedauert? Hast du ein Auto? Das Ding ist völlig platt. Nein. Meine Regeln, dein Auto. Das ist der Job. Also gut, Mann, aber habe ich doch ein Auto mitgebracht, mein Gott. Warum haben wir das nicht benutzt? Nachfälliges Fahren. Okay. Alles klar. ist schiefgelaufen. Eddie ist tot. Ich habe ihn da liegen lassen. Oh, Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Schatze. Folge einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen... Ach so, die Polizei soll mich nicht entdecken. Oh, Mann, ey. Mensch, woher soll ich das denn wissen? Das heißt, wir müssen fahren und dann das Auto irgendwo abstellen. Das muss ja auch keine Art werden. Es ist alles schiefgelaufen. Eddie ist tot. Ich habe ihn da liegen lassen. Okay. Die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Schatze. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist selbstmord. Sitz still und halt den Mund. Halt dich an den Plan. Ich weiß, was ich tue. Und deswegen ist dein Kumpel jetzt top. Halt den Kopf unten. Leitstelle, wir kümmern uns um die Gassen und versuchen, ihn rauszutreiben. Verstanden. Alle Brücken der Umgebung sind oben, außer Wells. Aber da kommt gleich Verstärkung rein. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal in der Polizei kommen. Oh. Die ganze Insel ist dicht. Wir bleiben in den Seitengassen. Parkhäuser. Immer außer Sicht. Sobald ich den Motor und die Lichter abstelle, behältst du dich ruhig. Dann sind wir noch ein gepacktes Freund. Verstanden? Ja, ja. Okay. Schatz, meine Hände hören nicht auf zu zittern. Hast du schon mal einen mit Bauchschuss gesehen? Zu viele. So. Die talken hier gerade noch ein wenig und da ist der Time-Option aufgelaufen in der Mission. Ach so, Gott ey, was ist das denn? Scheiß. Egal. Dann beenden wir die Folge jetzt so und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.